Bei uns ist unser Offensivspieler Baris Atik. Wir sind jetzt in der Endphase des Trainingslages hier in Bad Würushofen. Aus deiner Sicht, wie liefen denn die Tage bisher? Gut, die sind extrem anstrengend. Wir bereiten uns sehr gut vor für diese Saison und hoffen, dass wir natürlich eine erfolgreiche Saison spielen. Du hast ja schon einige Trainingslage beim FCM auch mitgemacht. Welche Bedeutung haben die für dich auch? Es ist ja bei Spielern nicht ganz so beliebt, wenn es jetzt in die Intensität geht. Wie ist es bei dir? Sagst du, es ist genau richtig, weil es wichtig ist für die Saison? Ja, es ist natürlich richtig, aber ich vermisse natürlich meine Familie, weil in der Zeit macht es irgendwann auch alles schwierig. Ich glaube, ich habe schon zig Trainingslager hinter mir. Und für mich ist es einfach ein ganz normales Ablauf. Das habe ich schon tausendmal hinter mir gefühlt. Deswegen weiß ich, was auf mich zukommt. Aber nichtsdestotrotz vermisst man am meisten die Familie. Wie kann man es am ehesten auffangen? Es ist natürlich schwierig aufgrund der Entfernung, aber FaceTime hilft? Ja klar, FaceTime hilft. Es hilft immer telefonieren und alles drum und dran. Aber wir sind da, um uns vorzubereiten für die Saison und um erfolgreich zu spielen. Und da brauchen wir die Basics und die holen wir uns hier. Abschließende Worte nochmal. Amara Kondé hat jetzt seinen Abschied bekannt gegeben. Er hat auch sehr, sehr warme, lobende und wertschätzende Worte für die Mannschaft, für die Fans, für die ganze Stadt gefunden. Wir wissen ja alle, ihr wart auch sehr eng. Ein paar Worte von dir natürlich zu ihm und auch zu seinem Wechsel? Ja, erstmal natürlich für Amara alles Gute auf diesem Wege. Ich glaube, es ist bekannt, dass es hier in dieser Mannschaft mit der Ängste war. Ich habe das Kapitänsamt mit ihm zusammengeteilt und wir haben uns sehr gut auf dem Platz und neben dem Platz verstanden. Ich kann diese Entscheidung vollkommen verstehen und ich wünsche ihm nur das Beste. Vielen Dank.